Musik Ach, hier ist auch wieder Party. So. Und tschüss. Ich brauch doch noch Schrott. Ist denn hier kein Schrott mehr? Sieht nicht so aus. Ich glaub, was ist da denn? Ach, so eine Höhle, alles klar. Oder Point of Infest, wie es so schön dabei steht. Nee. Wir werden uns mal nach Richtung links hier bewegen. Aber hier ist auch... ...irgendwie Schicht im Schacht. Huch. Ich kann's erst mal lassen. Wir haben immer noch vier von fünf. Habe ich denn hier irgendwo Schrott übersehen? Ist auch schön, dass man auf der Suche noch Schrott ist. Lalalalala. Schrott sollte man doch eigentlich so wie hier auf dem Müllplatz finden. Wäre für mich eine ganz logische Geschichte. Aber für Spieleprogrammierer ist das nicht immer logisch. Ah, Bala, die hab ich jetzt übersehen. So, äh, da war... Fett. Wieso verfehle ich dich? Kann doch wohl nicht angehen. Na, na. Handschuhe. So. Da ist was. Uff. Also, das war ein Extremer. So. Na. Lass das. Stoffgurt kann ich ja mal so gar nicht gebrauchen. Ich brauche Schrott. Einfach nur Schrott. Gucken wir auf die Map. Wir können jetzt hier eigentlich nochmal zurückgehen und auf die linke Seite abgucken oder nachschauen. Ey. Den nehmen wir natürlich. Au ab. Hinfort, hinfort, pushy. Ich dachte, ich hätte den genommen. Aber das war wohl nicht so. Die Swiss-Halskette nehmen wir. Das war glaube ich ein Quest-Item. So. Aber hier ist jetzt auch Schluss mit lustig. Was da ist? Ey. Was? Sag mal. Geht's noch? Das ist so witzig, wa? Aha. Ey. Sag mal. Wir gucken dann nochmal auf die alte Deponie. Ja. Hier waren wir auch noch nicht so wirklich. Na doch. Hier waren wir aber schon. Haut ab. Tag. So. So. Ach ja. Nehmen wir natürlich. So. Kleine Aufräumaktion. So, drei Punkte haben wir wieder da. So. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir auch mal mit. Und geben noch einen Punkt mehr und sagen okay. Und geben auf Raffinesse noch einen drauf. So. Trotzdem fehlt uns noch Schrott. Mein Gott. Ein so blödes Stück Schrott kann ja nicht so schwierig sein, oder? Und jetzt halt der Rückzug. Das ist das. So. So. Ach, da oben ist noch mehr Stress. Ich freue mich dann später mal. Hey, sag mal. Und wo denn da? Der ist Geschichte. Der auch. Da kommen auch noch zwei. Super. Aua. So, ist jetzt. Nein, ist noch nicht. So. Nu aber. Das ist die Salskette. Wollen wir mal auf die Map gucken. Oh, hm. So. Bei der Schrottnummer kommen wir nicht wirklich vorwärts. Und das selbe wie das, was ich gerade trage. Ach. So. Mit euch ist auch Feierabend. Ach, da kommt ja auch noch einer. Und da kommen gleich ein paar mehr. Wer da ne Jacke hat. 26 Rüstung. Mehr als ich jetzt habe. Drei mehr. Und die andere auch gleich in die ewigen Jacke. Können schicken. Das Silberamulett neben mir auch. Ist erst mal noch nicht so relevant. Also brauchen wir das auch erst mal nicht zu wechseln. So. Uff. Lasst mich. Ich sage, lasst mich. Meine ich das auch so. Super. Ein mutergehendes Sekret, was wir natürlich gerne mitnehmen. Tja. Das kommt davon, wenn man young greift. Dreckssäcke. So. Ist aber echt finstern hier. Ja, davon bin ich auch recht weit weg von der Konstitution. Um das mal so zu sagen. So, dann können wir mal weiter nochmal nach rechts gucken. Toll, eine gewebte Kordel. Yippie, yippie. Gehen wir mal nach oben. Hier waren wir auch schon. Hier waren wir auch schon, wie wir sehen. Oder es hat irgendwie sich jemand nackig gemacht. Dann wollte uns jetzt da erschrecken. Als Upsi. Erschrecken, ja. Aber nicht als Exhibitionist. Hier seid ihr ganz schön wieder. Wie geht's noch? Ich muss noch mal eben... Ja, genau. Alter. Man kann's doch rübertreiben jetzt hier. Ja. Ja. Die wollen wir jetzt natürlich hier. So. Was macht die denn? 10 bis 74? 15 Prozent? Nein. Hm. Ich teste es einfach mal. Erstmal soll ich sie natürlich dafür aufnehmen. So. Ja, ja, ist klar. Musst du ja auch gar nicht. Ja. Hat dann keiner von euch irgendwie... Hm, ne Armbrust. Wo war sie denn? Wo war sie denn? Da, was macht die denn weg? Nur 40 Prozent durchschlagen. Plus 4 Schaden. 6 plus... Also 6 durchschlagen. 13 Prozent durchschlagen. Joa, finde ich eigentlich ziemlich geil. So. Gucken wir mal. Okay. Lalalala, nix los hier heute. Hallo. Bin ich gerade ganz alle... Da hat es geblinkt. Stoffgurt. Super. Wahrscheinlich. Ja. Muss man sich drüber nachhalten, dass er deutlich schlechter ist, als er den wir tragen. Ach. Ich habe hier sehr fast. Na. Ja. 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 Ja, dezentes Aufräumkommando. Hätte ich mal nicht so laut gerufen, ne? Ist ja immer so. Wird man übermütig und dann sieht man, was man davon hat. Tag. Ist das gut hier? Ach ja. Ich dachte, du wärst schon tot. Eigentlich warst du es auch schon, du wusstest es noch nicht. So. Okay, weiter nach links rüber, wenn es irgendwie geht. Also hier nicht. Hier geht's. So. Immer noch nicht das letzte Stück Schrott gefunden. Das finde ich mal echt doof. Hau ab. So. So. La, 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 la. Ach ja. Alles mögliche findet man. Aber leider Gottes, äh, keinen Schrott. Wobei, das ist eigentlich ein Schrott. Ach, hau ab. So. So, dann machen wir hier auch durch. Hm. So, jetzt auch mal weg hier. Hallo. Nein. Ach ja. Ist ja toll. Ganz toll. Großes Kind, Jungs. Haut ab. So, ist jetzt Ruhe im Kabuff. So, dann mal weiter hier nach oben. Ach, ich seh. Hier im Wasser verstecken, wa? Planschen ist hier gerade mal nicht. Hm. Ne, da geht's nicht dran vorbei. So, dann gehen wir gleich mal die Straße weiter nach oben. Ja, siehst du, weil. Na, da. Na. So. 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 Das interessiert mich beides nicht. So, ach, da sind ja noch mehr. So, jetzt aber du hier. Lass das. Ja. Ja. Lass das. So. Die können wir uns dann noch später angucken können. Aber sag mal, ist jetzt mal gut. Let's go down, ready. Also man kann's ja echt übertreiben, ne? Finde ich jetzt mal so. Ja, macht ja nix, aber kann man wir uns auch dann später drum und nicht jetzt. Jetzt würde ich mich hier ganz gerne mal. Alter, jetzt muss ich aber irgendwie dann vorbei. Hallo. Aber man lasse mich durch. So. Jetzt kann man so machen. Alter. So, können wir jetzt mal. Genau. Das war nämlich das, was ich wollte. Wir haben ein neues Rift entdeckt. Und, äh, ja. Ich werde die Aufnahme jetzt an dieser Stelle beenden. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und einen, äh, wunderschönen Tag. Oder was auch immer, wann immer ihr da schaut. Und sage bis bald einmal. Tschüss. O, äh, ja. Do, u, u, u. Do, u, 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 u. U, 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 u. U, 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 u. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018